Die Herausforderung durch die CSRD ist klar. Nun stellt sich die Frage, wie kann man das konkret angehen? Mit unserer Lösung bieten wir dem Kunden ein Gesamtpaket aus Beratung, Software und Service an. Basis für ein CO2 Reporting ist der Company Carbon Footprint, in dem auf Unternehmens- bzw. Standortebene über die Emissionen berichtet wird. Bei uns kann ein konkreter Ablauf wie folgend aussehen. Wir starten mit einem ersten Workshop, bei dem alle relevanten Stakeholder aus dem Unternehmen eingeladen sind und bei dem wir gemeinsam eine Carbon Accounting Strategy erarbeiten. Das heißt, es wird festgelegt, welche Systemgrenzen gelten, in welchem Detailgrad man das erfasst und welche Daten aus welchen Bereichen notwendig sind, um den CO2 Fußabdruck zu erstellen. Nach diesem Workshop startet die Phase des Datensammelns. Hier sammeln Sie als Kunde mit unserer Unterstützung in Ihrem Unternehmen die Daten und sobald wir die Daten erhalten haben, starten wir mit der Berechnung des Fußabdrucks. Sobald die Berechnung abgeschlossen ist, gibt es erneut einen Workshop und wir stellen Ihnen Ihren Company Carbon Footprint vor, reden über die CO2 Hotspots, die auftreten und über das weitere Vorgehen. Danach findet der Übergang in den wiederkehrenden Prozess statt. Dort, wo Sie besonders viele Emissionen haben, erfassen wir detaillierter Ihren Fußabdruck und abhängig von Ihren Vorstellungen erhalten Sie entweder die Software, mit der Sie den Fußabdruck in Zukunft selbstständig erfassen können oder als Alternative nutzen Sie unseren wiederkehrenden Service zur Berechnung des CO2 Fußabdrückes. In diesem Fall nehmen wir Ihnen die Arbeit ab. ABB kann als Führung des Technologieunternehmen Sie auch über die üblichen Maßnahmen hinaus unterstützen beim Reduzieren Ihres Fußabdrucks. Sprechen Sie uns gerne an und lassen Sie uns darüber reden, wie wir Sie individuell unterstützen können. Absolut. Absolut.